Ja Leute, in der letzten Folge haben wir Variablen und Datentypen gelernt. Heute lernen wir endlich das, worauf ihr alle gewartet habt. Nämlich unser erstes Kommando. Und ich würde sagen, springen wir direkt rein. Ja, wir haben jetzt ein Netzwerk. Da haben wir viele verschiedene Spielmoden. So wie Kreativ, City, Build, URC und vieles andere. Deshalb schau ich jetzt einmal drauf. Zocker.ns und .de. Die IP steht jetzt auch auf dem Screen. Die IP steht ebenfalls aus dem Screen. Das allererste, was ich sagen würde, was wir machen, erstmal das alte Programm, wo wir hier gemacht haben, was passiert, wenn es bootet. Die können wir einmal löschen, die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, jetzt habe ich hier schon eine neue Klasse erstellt. Die heißt me.overload.tutorial.comand. Und hier drin werden wir auch erstmal eine neue Klasse erstellen. Und ich würde sagen, wir programmieren ein Heal-Command. Das nennen wir dann genau nach den Java Conventions auch Heal-Command. Erstellen diese Klasse und ihr seht, hier haben wir eine neue Klasse Heal-Command. Die Klammer können wir so lassen, nicht so wie bei anderen Sachen, wie bei Methoden. Habe ich auch euch gezeigt. Deshalb könnt ihr jetzt einmal darüber gehen. Wenn ihr das noch nicht geguckt habt, dann guckt euch die ganzen vorigen Videos dazu an, weil das aufeinander passiert. Ihr habt gesehen, hier in der Main-Klasse haben wir hier einmal Extends Java Plugin hinzugefügt. Was wir hier machen ist, wir implementieren etwas. Das heißt, wir fügen etwas hinzu. Im Grunde ein deutscher Fachbegriff halt. Das Ganze natürlich auf Englisch, weil Java ist Englisch. So. Viele von euch kennen vielleicht das deutsche Wort implementieren. Das ist ein Fachbegriff für Einbinden, Hinzufügen, halt sowas. Und ja. Hier implement und dann fügen wir etwas hinzu. Nämlich Command-Executor. Also Command-Executor. Der wird euch jetzt hier einen Fehler ansagen. Nämlich hier an der Seite könnt ihr die Glühbirne sehen. Könnt ihr einmal draufklicken und dann steht hier Import Command-Executor.org.packet.com Hier oben seht ihr Package.me.overload.tutorial.com So. Wenn wir das jetzt einmal machen, also einen Doppelklick darauf machen, dann steht hier Import. So, das direkt unter dem Package und importiert den Command-Executor. So. Hier, das importiert den. Wie ihr seht, er wird euch immer noch einen Fehler ansagen. So. Hier wird jetzt etwas, etwas Komplizierteres passieren. Nämlich, ihr klickt wieder auf die Glühbirne und dann kommen hier mehrere Sachen. Und ihr klickt einmal auf Add Unimplemented Methods, Methods, auf jeden Fall. Das wird erstmal hier die nicht implementierten Sachen hinzufügen. Und dann kommt hier so eine riesenlange Sache. Das Ganze erkläre ich euch jetzt. Erstmal könnt ihr die Auto-Generated Methods löschen. Das ist im Grunde einfach ein Platzhalter, ein Kommentar. So. Ihr seht, der hat jetzt hier mega viele Sachen importiert. Und hier einmal eine neue Sache hinzugefügt. Den Boolean, den kennen wir schon. Und Command ist eine neue Methode. Kennen wir noch nicht. Diese Methode sagt, wenn dieser Command eingegeben wird. Also dazu kommen wir gleich, welche Command eingegeben wird. Das ist der Sender. Also das hier seht ihr das Arc 0, Arc 1, Arc 2, Arc 3. Dann seht ihr davor immer Sachen. Command Sender ist der Sender. Ihr müsst das auch so umändern. Command ist der Command. String ist das Label. String Arc 3. Der ist jetzt etwas anders. Das hier müsst ihr einfach eingeben. Da lernen wir später was zu. Erstmal jetzt braucht ihr nichts darüber zu wissen. String in Klammern Arc 3. Das sagt, ob es Untercommands gibt. Das heißt, wenn wir Slash, Heal und dann Spielernamen eingeben. Ja. Dann gibt es weitere Argumente. Und die kann man da eintragen. Da ändern wir die 3 einfach durch ein S. Und dann steht da Arcs. So. Jetzt haben wir erstmal gemacht, dass der das implementiert. Die ganzen Sachen importiert damit. Und in den, wenn er startet, in den Boolean. Also, ist das falsch oder wahr? Das haben wir auch in der letzten Folge. Datentypen und Variablen gelernt. Und Command. Wenn der Command eingegeben wird. Wer ist der Command Sender? Der Sender, der ist entweder der Sender, also der Spieler. Ein Command Block oder eine Konsole. Kennt ihr alle bestimmt. Wenn ihr einen Minecraft Server besitzt. Und ja. Command ist der Command. Ganz simpel erklärend. Und String Label brauchen wir auch nur nicht zu wissen. String Arcs hatte ich euch gerade erklärt. Return False. Was bedeutet das? Das sagt im Grunde, dass der das zurückgibt. Das heißt, wenn ihr das Kommando eingibt. Dass der das auch einfach in den Chat zurückgibt. Und ja. Jetzt kommen wir zur ersten Sache. Wir machen jetzt hier erstmal nach dieser geschweiften Klammer ein Enter. Gehen in eine Zeile runter. Und schreiben erstmal if. If das ist, wenn ihr fragt, wann ist etwas. Was im Grunde, selbst erklärend, if ist ein englisches Wort, wenn. Wenn, Klammern. Das wird genau mit diesen geschweiften Klammern geschrieben. Und dann macht ihr da erstmal geschweifte Klammer. Und dann einmal Enter. Dann wird die zweite geschweifte Klammer hinzugefügt. So, was wir jetzt in diese if-Klammern reinschreiben. Dann nennen wir Instance Off. Das heißt, ist eine Instanz von Player. Also dem Spieler. So, jetzt natürlich die Frage, von was ist es. So, hier schreibt ihr einfach Sender hin. Wir sagen hier oben, das ist der Boolean. Da ist, wer ist der Command-Sender. Wird gefragt. Das ist der Sender. Der Command ist der Command. String Label. String Args. Können wir jetzt mal überspringen. So, dann hier, wenn der Sender ein Spieler ist. Und dann können wir jetzt hier Sachen einführen. So, jetzt seht ihr wieder die liebe nette Glühbirne an der Seite, die euch helfen will. So, ihr klickt wie gesagt wieder da drauf. Und klickt auf Import Player. Das heißt, wir importieren wieder was. Hier stehen jetzt vier Sachen. Die sollten implementiert sein. Und ja. So, jetzt können wir sagen, Sender. Punkt. So. Jetzt können wir Sachen abfragen. Hier gibt es ganz viele. Könnt ihr euch durchklicken. Könnt ihr gucken, was die machen. Im Grunde müsst ihr nur von Englisch nach Deutsch übersetzen. Hier könnt ihr verschiedene Sachen machen. Ihr könnt die Location, wo der Spieler gerade ist. Ihr könnt den Spielernamen kriegen. Ihr könnt das Inventar öffnen. Kein Damage. Ihr könnt alles verschiedene Sachen machen. Und ja. Das ist eine riesenlange Liste. Da könnt ihr einmal durchgehen. Könnt verschiedene Sachen ausprobieren. Mit den Strings, was ich euch schon in der letzten Folge erklärt habe. Walk Speed oder Fly Speed. Ihr kennt bestimmt alle zum Beispiel Plugins, wo das Ganze dann irgendwie der Flug oder der Lauf Speed verändert wird. Erstmal den Sender können wir jetzt erstmal wegmachen. So. Nach den Klammern machen wir erstmal ein Else. Else sagt, na wenn es anders ist, ja dann machen wir was anderes. So, dann wieder eine geschweifte Klammer und Enter. So. Jetzt sind wir in dem Else drin. So. Da werden wir einmal reinschreiben. Sender. Send Message. Hier. Da nehmen wir einmal das Erste. Und dann steht da Arc 0. So. Jetzt steht hier wieder ein Argument. Ein Arc 0. So. Hier machen wir das einmal weg und ersetzen es einmal durch Anführungszeichen. Wichtig ist hier. Das muss in den Klammern sein mit einem Semikolon dahinter. Ja. Was ihr jetzt dann macht ist, ihr könnt da eine Nachricht eingeben. Also wir fragen ja hier ab, wenn der Spieler ein Spieler ist, dann passiert nichts. Wenn er das nicht ist, soll er eine Nachricht senden. Hier, wenn wir jetzt diesen Command eingeben würden, dann würde hier stehen, wenn wir das in der Konsole bei uns auf dem Server eingeben, du bist kein Spieler. Wir schreiben hier erstmal rein, Player, Player gleich Sender. Hier, das sagt im Grunde, der Spieler ist ein Spieler. Also ein richtiger Spieler. Spieler ist bei uns ein Platzhalter wie ein String. Player ist das, ein Spieler ist, also ein Entity-Typ vom Spiel, Typ Spieler. Und das ist der Sender. So. Jetzt wird euch hier immer noch ein Fehler angefangen. Hier könnt ihr wieder auf die Glühbirne klicken und dann das erste auswählen, das Add Cast to Player, da muss ich dir einen Doppelklick drauf und dann sollte sich das so umändern. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt alles machen, was wir wollen. Wir können sagen, der Spieler Punkt. Und dann können wir einen Potion-Effekt machen. Wir können erstmal Player Punkt Set Health. Bei mir wurde jetzt nichts angezeigt, das ist, weil wir nach dem Punkt aus diesem Menü rausgegangen sind. Wenn ihr unbedingt dieses kleine Menü wollt, dann macht ihr da einen Punkt an und lasst das so und schreibt dann einfach Set Health. Ja, dann seht ihr hier ein Double. Double ist ein neuer Datentyp. Dieser Datentyp werden wir oft benutzen und ja, der befasst einen viel größeren Zahlenbereich von minus 2 Millionen bis plus 2 Millionen. Und auch Kommazahlen, also ist im Grunde wie ein Integer, nur mit einem größeren Bereich. Machen wir einmal einen Doppelklick drauf und dann steht da drin Arc 0. Wie wollen wir die Spielerleben setzen? So, die Spielerleben setzen wir auf 20. 20, warum? Spieler hat 10 Herzen. Die werden jedenfalls in halbe Herzen unterteilt und werden deshalb auch immer mal 2 genommen. So, dann können wir danach auch nochmal das Food Level setzen. Set Food Level können wir auch einmal auf 20 setzen. Das einzige, was ich noch machen würde, ich würde eine Nachricht an den Spieler senden. So, hier können wir dann jetzt irgendwas reinschreiben, aber wir wollen das Ganze jetzt mal in Farbcodes machen, das heißt, wir nehmen Shift und 3 und dann die Sternhand Minecraft Farbcodes. Das heißt, wir können da jetzt zum Beispiel in hellgrün hinschreiben und hier dann auch, aber dieses Mal in rot. Gut, das können wir dann auch schon speichern. Ihr seht, in der Main.java ist hier in Void Enable nichts, nichts, was irgendwie zeigt, wo der Heal Command ist. Da wir das jetzt noch brauchen, schreiben wir hier einmal Get Commands. Dann machen wir eine Klammer auf, schreiben rein, wie wir das nennen wollen, das heißt, auch wie bei den Nachrichten, schreiben wir rein, Heal ohne Slash, das wird automatisch gesetzt. Und dann danach kommt noch ein Punkt, wie ihr seht, da ist gerade eine Fehlermeldung, das verheben wir jetzt. Set Executor, das sagt jetzt, welches Skript das ist. Da nehmen wir einmal New, also Neues Heal Command. Das ist jetzt das Skript, danach machen wir nochmal Klammern. Jetzt könnt ihr einmal auf die Blühbirne klicken und hier steht dann euer Skript. Hier, das ist jetzt da. Und jetzt sind wir fertig mit dem Main.java. Jetzt wollen wir da einmal reinschreiben, welche Commands es gibt. Das heißt, wenn ihr Slash Help und dann euer Plugin eingibt, dann wird da angezeigt, welche Commands es gibt. Deshalb schreiben wir da einmal Commands hin, Doppelpunkt, gehen eine Zeile runter und dann drei Leerzeichen. Jetzt können wir da hinschreiben, welcher Command das ist. Also wir nehmen hier, dann gehen wir wieder eine Zeile runter und gehen bis zum L, also wieder drei Leerzeichen. Und schreiben da die Description, das heißt, was der Command macht. Das können wir jetzt einfach danach hinschreiben. Ich werde mal hinschreiben, Heilung für alle. So, und schon wären wir fertig mit unserem Plugin.